auch hat kommen und ohne Rüstung gespielt ist auch heftig oder man hat ein Rüstung gespielt und den Bostocken besiegt hat kann man ja zu einem anderen Modus reingehen ja Hartmut also Welten Hartmut nicht Spieler und so dann halt ohne Rüstung zu spielen boah ich sterb gleich wieder weil dann Auge ist und zwei solche Corruption Viecher und das ist der Unterschied zwischen Welten Hart und da kommen einfach stärkere Gegner ja sicher da waren Dornenteil und ich lauf einfach rein einfach rein ich hab gerade auch das in der Zeug eingesammelt macht nix ich aber ich weiß genau was teilt ist okay kommt er zurück in der Einwohner ist noch so ein Ding ich will auch nur ich will meine Bomben wieder meine 21 Stück stimmt nachdem komme ich nö da komme ich ich hab die ganzen Bomben mitgebracht meine Bomben werde ich das nicht ich hab ein so schon zwei ich hab einen den von vorn Mitte also nur den von vorn mit den Dings gerade eben wollte ich ja mit den Bomben und dann wirft mich Steven ab da hab ich mich selbst abgeworfen und das hatte ich gerade ein Leck und seitdem bin ich ja hier und kommen oh Gott oh Gott oh Gott viel Spaß damit bleiben bei mir okay wenn ich habe 8 Uhr Rüstung da kann ich Ihnen helfen die die er hat ein kleiner Bruder bei der Maul warte schon auf mich muss ich mir vorstelle bei mir leckte ich bin mal weiter Nico kann später da warten da kann man es angehen ich habe weil er hat auch die Leckart direkt ich bin Bruder ich flüßte auch Gott wurde zu bringen wegzugehen was 10 kannst du die Wunderbücher die gar 60 Gott sei Dank habe ich kein kleinen Bruder was ist wahrscheinlich dann was wir wenn ich nicht mal zu überlassen und sich in den Ausschalten aber auch mit Schülpungsdauer und jetzt bei uns die werden was er bekommt ich bin was er durch wartet nicht ich will die Gegner du hast Rüstung für volle Rüstung ja so wohl dann haben wir keine Kugel ich aber das sind meine zwei vollen Stars auch also er kommt ja da war es ja ich komme gerade kann ich mir ein bisschen entgegenkommen ist er auch nicht dann Prozent müssen 200 Meter ja aber da kommt bestimmt wieder irgendwo was geht der Punkt okay ich finde ich und ich die Bilder Prozent kannst du mir mein Zeugs hier in dem Sechstein wiedergeben das ist nicht nein nein was denn die Hermes Boots sind weg ich bin so dumm ich wollte sie wie in Minecraft anziehen mit Shift-Click und jetzt sind sie halt in der Mülltourne gelandet zack das nächste Teil gleich drüber geht nicht ich hab schon das nächste Teil drüber ich hatte zwei 250er Musket Balls Moment ich hab welcher Hammer war deiner? äh holzhammer mit Strong Strong ich hab ich versuche den Bund zu erledigen wie viele Musket Dinger 2 250er waren es glaube ich ungefähr sowas au äh ich hab also jetzt fehlen noch 1 250er bei mir war es auch so ich hätte doch 2 250 ich hab nur eins bekommen dann kam der Wurm ich hab dir grad ich hab keine Boa Marcelo kann schon da bitte weggehen ah gut ihr habt es ja auch bekommen äh da hatte ich noch einen Trank glaube ich ein Lesser Healing Potion und sonst irgendwas muss ich nur kappt haben glaube ich wobei nein der bekommt jetzt nicht der Magic Mario war einer irgendwas hat ich ja auch so Bomben ja genau 1 20 Stück war es glaube ich irgendwie sowas um 21 oh ich bin so doof und schmeißt die Hermes Bußweg auch in 19 gehen auch ich bin so doof und schmeißt die Hermes Hermes Bußweg ok ich glaub's was und das Geld das ist wahrscheinlich bei dir schmeiß ich auch jetzt kommt kein Wurm raus dann sind wir alle hinter ah nein da ist sogar noch ein Teil meines Geldes zumindest boah ich komme ja nicht mehr raus oder wie oh das ist das falsche Loch Marcelo höchst du mir hoch ja das ist wow danke ach so du hast jetzt den geholt mit meinen Bomben dann nehme ich mir jetzt den da mal Vorsicht Bomben oh Gott da unten ist so ein Eater drin ok wir haben allerdings ich glaube das schaffen wir nicht ich hab noch 17 Bomben und wenn Steve nicht wieder kommt und mich abschießt und ich mich danach selbst abschießt dann au 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 danke ach ich weiß die Hermes Bußweg und tu dann die Ding wieder äh tu dann das Shackle da drüber dass es natürlich unwiderruflich gelöscht ist schweig glaubt das pack die elf habe ich noch ich glaubt nicht so zu prägelegen ja eben so ich habe jetzt kommt kein Bus okay ich nehme jetzt Appenstone in die Hand weil da kann ich okay Band of Star Power dankeschön jetzt habe ich jetzt habe ich 60 Mana weil ich noch die zwei Dings hab die zwei äh wer ist denn sie? Fallen Stars die muss ich halt noch zusammenfügen was hast du gekriegt Nico? Band of Star Power jetzt habe ich 20 extra Mana Ah ne also man kann mit dem 220 haben und nicht nur 200 also hier die habe ich ja gerade gemacht wie viele Bomben hast du euch Marcelo? gar keine also ich habe jetzt noch 9 hast du kein Geld mehr? wir verlieren es ja die ganze Zeit und jemand anderes nimmt es doch ja aber sogar ich habe 4 Gold jetzt noch das sind wahrscheinlich meine 50 Silber und was weiß ich alles kannst du mir davon mein 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 ich habe ich gerade mal um die 20 Stefan kannst du vielleicht mir ein Gold geben weil du hast so viel er wird es gerade kannst du mal ach so ich habe gerade mal 20 Silber oder so soll wir in ein neues Loch gucken weil ich hätte noch eben 9 Bomben ich glaube eins schafft man vielleicht noch 1 ich habe auch noch 13 bei mir auch so bestimmt noch der Bostock ja und dann packen muss ich will auch so ein Band oder irgendwie ich will irgendwas geiles noch haben am liebsten werden wir ja ein Haken ich hab's schon behindert der einen neuen Muskete ich weiß gar nicht äh ja genau an neuen wie dein Bruder ähm ich weiß gar nicht so ein Hook rauskommen kann ja aber sowas hätte ich gerne na man kann sich von irgend so ein Fuzzi kaufen ich weiß aber nicht mehr welchen Tinker aber den muss man befreien ach so das ist der der ist der ist ziemlich ich schlägt schwer zu finden das war ich glaube ich Sieg und was dort zu viel Geld wenn ich dann statt der Bobbys die große Fresse haben ob die Leiberschein das war ich sehr gut